Der eine oder die eine oder andere hat heute vielleicht in die Süddeutsche Zeitung geguckt. Die Süddeutsche Zeitung hat einen großen Wirtschaftsgipfel gerade. Ich glaube, der läuft heute sogar noch. Und da gab es ein Gespräch zwischen einem Philosophen, den wir häufig hier haben, Markus Gabriel und der KI-Expertin bei SAP, die jetzt aber selbstständig geworden ist, Feiyu Xiu. Und sie haben über die Anwendung von KI generell in unserer Gesellschaft, in den Unternehmen gesprochen. Und was kam heraus? Bei der allgemeinen Bewertung sagte man, ja, es ist wichtig und gut und alles ist eigentlich zu begrüßen. Vor was sie am meisten Angst hatte, die chinesische Expertin, dass die deutsche Angst uns überwindet. Also, dass die Akzeptanz, sich damit auseinanderzusetzen, so niedrig ist, dass wir möglicherweise das einer kleinen Minderheit überlassen, sich damit zu beschäftigen. Das ist nun ein Spezialfall im größeren Rahmen von dem, des Themas Digitalisierung. Und auch dort sind die hemmenden, die zurückhaltenden Haltungen auch dominant. Deswegen haben wir in unserem Festival einen der wichtigen Punkte, neben anderen in Biologie und Astrophysik. Morgen kommt John Mather, er ist übrigens wirklich da, also wird nicht verschoben. Haben wir die Frage der Digitalisierung und die neuen Technologien zum großen Thema gemacht. Die Frage ist dort natürlich vor allem, was geschieht in der Praxis und gar in den Lehrinstituten, Universität, Schule. Was machen wir mit Chat-GBT? Wir haben da unterschiedliche Veranstaltungen schon dazu gehabt. Aber es ist ideal, wenn man so ein besonderes Versuchslabor hat, wie eine Stiftungsuniversität, eine private Hochschule, Stiftungsuniversität, die Karlshochschule bei Karlsruhe. Und dort lehrt und ist auch Präsident dieser Schule, Robert Lepenis. Der Name klingt sehr vertraut, vor allem in diesem Haus. Aber wir haben Robert Lepenis überzeugen können, dass er, das ist ja sozusagen eine überschaubare Größe, zu uns kommt. Und über die Wirkung der neuen Technologie in einer großen, anspruchsvollen, pädagogischen Einrichtung rechen wird. Oder was das bedeutet. Er selbst, jetzt hat er begrüßt, sehr, sehr eindrucksvolle Stationen, studiert in Queens College in Oxford, an der London School of Economics, dann promoviert an der Hertie School of Governance. Alles sehr respektable Einrichtungen. Er sieht sein Leben und seine Arbeit, seine Forschung zwischen Politik und Wissenschaft und hat zahlreiche, sehr interessante Forschungsaufenthalte in Amerika, Yale und anderswo. Also das können Sie alles im Internet nachgucken. Und was uns interessiert ist, dass diese Biografie auf etwas hinweist, das man gemeinhin mit Nachhaltigkeit umschreibt, dass er ein begeisterter Lehrer ist, also uns alle an die Hand nimmt und uns über das Wohl und Wehe der Digitalisierung unterrichten wird. Und herzlich willkommen, Robert Lepinis. So, schönen guten Abend. Ich muss mit einer Lüge beginnen. Die Lüge, die kommt daher, dass ich in Vorbereitung auf den Vortrag und die nette Einladung, herzlichen Dank dafür, das Programmheft, das International Science Festival durchblättert habe und Preisträger hier, Ikone da, Vorbild dort gesehen habe. Und morgen spricht ein Nobelpreisträger hinter mir. Die Lüge ist, ich bin gar nicht aufgeregt, heute hier zu sein und vor Ihnen zu sprechen. Ein Tag wie jeder andere, würde ich sagen. Ich habe heute einige Einblicke und Eindrücke aus der Karlsruhe, also einer kleinen, feinen Diftungshochschule, gar nicht so weit von hier mitgebracht und ein paar Gedanken über die Zukunft der Bildung, die Zukunft der Arbeit und was Hochschulpräsidenten, aber auch jeden einzelnen Studierenden von uns stark beschäftigt. Und bevor ich anfange, würde ich gern hochkonstruktiv Sie einbinden und um ein Handzeichen bitten zu der Frage, haben Sie ChatGPT im letzten Jahr einmal benutzt? Hand hoch, wenn dem so ist. Ah, interessant. Lassen Sie bitte die Hand oben, wenn Sie, das hätte ich besser von mir gesagt, haben Sie ChatGPT in der letzten Woche einmal genutzt? Okay. Nutzen Sie ChatGPT täglich? Ja, interessant. Okay, also ich, wir sind unter Expertinnen und Experten, das ist schon schön. Glauben Sie, dass sich das Bildungssystem grundlegend verändern muss, um mit KI umzugehen? Okay, interessant. Interessant vor allem die Dynamik, einige Verhaltene nachdenklich selben. Das ist ein guter Start. Eine Kernprämisse des Vortrags ist, dass die digitale Transformation da ist. Die Fragen, die sich stellen, ist, was wird aus Arbeit in der Zukunft? Wie bereiten wir Menschen, junge Menschen, aber uns alle bestmöglich darauf vor? Und wie sollten wir Bildung in Zeiten von generativer KI verstehen? Und ich fange mal mit Berufe und Berufsbildern der Zukunft an. Denn das ist, und ich habe es einmal illustrieren lassen von einer generativen KI, die jetzt nicht ein Textmodell ist, sondern ein Bildmodell mit Mid-Journey, was wie so Berufsbilder der Zukunft aussehen könnten. Und habe auch ein Zitat mitgebracht von Herrn Hubertus Heil aus dem Bundesministerium für Arbeit, der sagt, dass es bis 2035 keinen Job mehr geben soll, der nichts mit KI zu tun hat. Es wird kein Berufsbild geben, das völlig losgelöst von dieser Technologie ist. Und gleich werde ich ein paar Einblicke in den Forschungsstand zu diesem Statement geben. Also ChatGPT ist eins von vielen atemberaubenden generativen KI-Tools. Mid-Journey, DALI sind einige hier. Die tatsächlichen Bildungsinstitutionen, das zeigen die Erhebungen in Schulen, in Universitäten, heute, jetzt genutzt werden. Meine Kolleginnen und Kollegen bekommen das häufig mit, aber nicht immer. Das Spannende ist, dass es derzeit keine Möglichkeit gibt, wirklich zu verifizieren, ob ein Dokument mit ChatGPT oder anderen generativen KI geschrieben wurde oder nicht. Was meine Kolleginnen im Prüfungsamt sehr schlaflose Nächte bereitet, aber alle, die ein bisschen mit Bildungsformen, Prüfungskulturen experimentieren wollen, da ein Lächeln ins Gesicht treibt. Denn dadurch werden unglaublich viele Möglichkeiten geschaffen, über Texte neu zu denken, über Prüfungsformen neu zu denken, über Lehre neu zu denken und in gewisser Weise auch über Forschung. Aber kommen wir zurück zu Berufen und Berufsbildern der Zukunft und der Frage, die Sozialwissenschaftler, die bei uns jetzt studieren oder die Management-Studierende, was werden die eigentlich später machen? Ein wichtiger Beitrag, der in den letzten Monaten in der Presse rauf und runter zitiert wurde, ist ein Journal-Artikel oder ein Preprint mit dem Titel, ich werde ihn kurz erklären. Dann GPTs, also GPTs, also GPT, die Generative Pre-Trained Transformer, also die KI-Modelle, um die es hier geht, sind General Purpose Technologies. Die Behauptung hier ist, dass wir hier eine neue Technologie haben, die die Volkswirtschaft als Ganze verändern. Und das ist schon für einen pluralen Ökonomen wie mich ein ziemlich großer Claim, eine ziemlich große Behauptung, die diese Autoren in dem Paper versuchen zu belegen. Und ich möchte mal ein bisschen weitergehen, als die meisten Medienberichte über diesen Artikel und den mir ein bisschen genauer anschauen. Was wird denn da eigentlich genau gesagt? Also dort wird gesagt, dass generative KI eine Technologie ist, die alle Berufe beeinflusst und Berufe sind, also Ökonomen verstehen Berufe auch als Bündel von Tätigkeiten und fast alle Bündel, nicht in gleichen Maßen, werden durch KI beeinflusst. Und klassisch gesehen gibt es und wird es Technological Displacement geben. Also es wird manche Jobs geben, die aufgrund technologischer Entwicklungen nicht mehr existieren werden oder in dieser Form nicht. Und in diesem Paper wird eine Liste erstellt von möglichen Berufen, die einigermaßen geschützt sind von KI und von diesen speziellen technologischen Entwicklungen. Also da geht es um Köche, da geht es um Tellerwäscher oder Dachdeckerin. Also es gibt bestimmte Arten von Bündel von Tätigkeiten, die weniger beeinflusst sind von KI als andere. Gleichzeitig gibt es aber den gesamten Bereich der sogenannten White-Collar-Jobs, also bestimmte Tätigkeiten, die besonders damit befasst sind, Texte zu schreiben. Man könnte sagen, die den ganzen Tag damit befasst sind, sehr mittelmäßige Texte zu schreiben, die absolut exponiert sind gegenüber dieser neuen Technologie. Und hier sind die Hauptclaims dieses Papers, dass es hier wahnsinnige Verwerfungen gibt in der Zukunft. Und es wird in diesem Paper gesagt, ja, so und so könnte die Volkswirtschaft aussehen und diese und diese Berufe könnten davon involviert sein. Aber schaut man genauer in das Paper rein, sieht man, dass es leider selber das KI-Tool benutzt, um Voraussagen zu machen über die Wirkung des KI-Tools. Also man hat quasi, und dann, wenn man nochmal schon zurückschaut, dann sieht man auch, ja, die Mitautoren waren von OpenAI selbst. Also natürlich gibt es einen Interessenkonflikt nicht notwendigerweise, aber das viel zitierte Paper über die Zukunft der Berufswelt aufgrund von OpenAI ist beruht auf den Vorhersagen von OpenAI selber. Und spätestens in dem Moment sollten wir innehalten und überlegen, okay, was wissen wir denn eigentlich gesichert? Und ein gutes Forum, um nach gesicherten Auswirkungen für den Impact auf den Arbeitsmarkt von KI zu fragen ist, ich springe mal kurz zwei Slides vor, ist das Science Media Center Germany, das, und man kann es abkürzen, viele Tätigkeiten, ja, natürlich zumindest teilautomatisiert werden in der Zukunft, aber, und das zeichnet eigentlich jede gute Sozialwissenschaft aus, zu sagen, es ist empirisch noch unklar. Und ja, man kennt grundlegende Mechanismen im Arbeitsmarkt, das bedeutet, ja, technologische Fortschritte wird geteilt und kommt in Wirtschaften mit guten Sozialsicherungssystemen allen zuguten, aber das beruht eben auf bestimmten sozialstaatlichen Gegebenheiten. Aber große Arbeitsplatzverluste sind unplausibel, eher verändern sich Löhne und welche Stätigkeiten Managen ausüben. Ich gehe noch auf einige andere, vielleicht eher reißerischere Reports ein. Es gibt den Future of Jobs Report, der auch viel zitiert wurde, wo, ja, eine weitere Methode, die natürlich auffraglich ist, wenn man Managerinnen in den bestimmten Industrien selber fragt, was sie denn glauben, was der Impact oder die Zukunft sein könnte. Und dann wird quasi quer durch verschiedene Berufsbilder geraten, ob und wie stark AI oder KI bestimmte technologische Dynamiken verstärken kann. Also wird von einer Verstärkungsfunktion besprochen. Und ähnlich gibt es sozusagen viele, viele, viel Teesatzlesen, viel Kaffeesatzlesen, was denn eigentlich der Impact von KI sein könnte. Es ist aber nicht ganz klar. Die ersten, die ersten etwas empirisch belastbareren Studien, davon würde ich mal zwei vorstellen, die kamen vor ein paar Tagen raus, die zeigen in Kürze das, dass ChatGPT das Produktivitätsniveau angleicht. Und das bedeutet, es gibt eine Vergleichsgruppe von weniger, weniger guten Teilnehmenden im Vergleich zu besseren Teilnehmenden. Der Pool, der da untersucht wurde, waren Wirtschaftsberater einer Wirtschaftskonsultancy, bei denen geschaut wurde, wie viele Tasks, wie viele Tätigkeiten sie denn schaffen. Und dann konnte man sehen, dass es natürlich allen hilft, ChatGPT zum Nutz, aber es sind besonders die, im Vergleich zu den besseren, schlechten Berater, die mehr profitieren. Also es gibt eine gewisse Produktivitätsangleichung. Und diese Art von ersten Erkenntnissen, über was ChatGPT eigentlich in unserem sehr textbasierten Arbeitssystem macht, das findet man auch in anderen Sektoren. Gleichzeitig findet man, dass ChatGPT kreativen Freelancern Arbeit und Einkommen wegnimmt. Also das bezieht sich speziell auf Daten auf einer Online-Börse, wo Leute gefragt werden, mach mir mal schnell ein kurzes Video zu oder schreib mir eine Presse mit Planung zu. Also sozusagen Tasks, kleinere Tasks, die man leicht, leicht vergibt und die auch relativ schnell hergestellt wurden. Und da sieht man genau, dass ChatGPT schon jetzt, also hier sieht man, was passiert, sozusagen die Zeitachse. Und nach der Einführung von ChatGPT, wie die prozentuale Anzahl dieser Freelance-Tätigkeiten abgesunken ist und gleichzeitig aber auch der Verdienst derjenigen, die diese Tätigkeiten machen, runtergegangen ist. Gut. Aber es bezieht sich immer noch auf die Tätigkeiten, die ich eben gerade gezeigt habe von Consultants, also Beratungstätigkeiten und Freelance. Es sagt noch nicht über unseren Arbeitsmarkt im Generellen was aus. Es sind immer noch Momentaufnahmen. Ich habe jetzt mal angerissen, was wir ungefähr erwarten können. Zur Einstimmung für diesen Vortrag habe ich aber ein weiteres Zitat mitgebracht, was, glaube ich, die Atmosphäre so ein bisschen gut einfängt. Und das würde ich Ihnen gerne einmal erst mal, dass Sie es selber lesen und etwas auf sich wirken lassen. So, also wir reden von einem Computerprogramm, das starke Wahnvorstellungen bei normalen Menschen hervorrollen. Das Schöne ist, dass nicht Chattipiti damit gemeint ist, sondern etwas viel, viel Älteres, nämlich das Computerprogramm ELISA. Das Computerprogramm ELISA ist ein von Josef Weizenbaum geschriebenes Computerprogramm, ein erster virtueller Psychotherapeut, nach dessen Produktion wir den sogenannten ELISA-Effekt kennen. Also die Tendenz, dass wir Maschinen menschliche Fähigkeiten und menschliche Charakteristikten zuschreiben. Und das zeigt eigentlich, dass diese Wahnvorstellungen eigentlich schon uns länger begleiten und auch die Forschung über diese Wahnvorstellungen, die begleiten uns schon länger. Also wir wissen eigentlich schon ziemlich viel über das, was wir auf Maschinen produzieren. Und ich glaube, das kann in diesen ganzen, in den ganzen Forschungen, in den ganzen empirischen Forschungen nicht gezeigt werden, dass diese technologische Entwicklung mit Chattipiti eine andere Dimension hat. Nämlich eine, in der wir sehr viel über uns selbst klaren. Das ist eine Technologie, die uns erlaubt, sich mit einem statistischen Wahrscheinlichkeitsgenerator zu unterhalten, der uns aber gleichzeitig ziemlich viel erklärt über uns selber. Also es ist so eine Art, eine technologische Entwicklung mit so einem Reflexionspotenzial, was sehr anders ist als die anderen digitalen technologischen Fortschreiten, die wir haben. Also in diesem Fall können wir wirklich von einem ELISA-Effekt sprechen. Und ich denke, es gibt interessante Politikvorschläge, dass man sagt, man soll aufhören, dass sich diese Large Language Models verhalten wie Menschen. Also wir haben, vollkommen normal, reden wir mit dieser Maschine als wäre es ein Mensch. Das hat sich jetzt schon, bereits jetzt schon normalisiert. Und das Schöne ist, wir haben seit Josef Weizenbaum eigentlich diese Grundprinzipien verstanden, aber lassen uns trotzdem täglich noch täuschen von den neuen Bots. Es gibt ein weiteres akademisches Konzept, was ich sehr hilfreich finde. Das ist das der sozio-technischen Imaginaries. Sozio-technical Imaginaries nach Sheila Jasanos von den Science and Technology Studies. Das besagt, dass wir überlegen sollten und reflektieren sollten, welche Zukunft wir imaginieren, um sie dann konstruieren zu können. Also wenn wir uns fragen, wie die Zukunft der Arbeit oder der Bildung aussieht, müssen wir erst mal verstehen, was die Wirkkraft von vorjährigen Imaginationen eigentlich ist. Ich habe hier mal Rossum's Universal Robots hochgeworfen. Das ist ein Theaterstück, in dem zum ersten Mal das Wort Roboter vorkam im Jahr 1920 vor den Carl Topics. Daran revoltieren Roboter gegen ihre menschlichen Oberherren, die sie dann töten, während sie dann Informationen gewinnen und merken, dass sie den Status von billigen Arbeitskräften haben. Und ich hoffe, soweit wird es nicht kommen mit ChatGPT oder BART oder anderen Chatbots. Mir geht es eher darum, dass es Narrativen gibt darüber, die wir bestimmten Technologien zuschreiben und auch Forschung darüber, wie man diese Narrativen klassifizieren kann. Also vorsichtig, jetzt kommt viel Text. Es gibt Forschung darüber, dass sehr viele Narrativen über technologische Entwicklung zur Zukunft von AI und Arbeit sehr deateministisch sind, die einfach sagen, ja, wir... Genauso wird es sein. Schaut man aber zurück, dann sieht man, dass diese Vorhersagen ganz unterschiedlich ausgestaltet sein können. Wir haben John Maynard Keynes, der in Economic Possibilities of a Grandchildren sagt, dass heute im Jahr 2023 wir nur 15 Stunden in der Woche arbeiten werden, eben weil Produktivitätsgewinne so hoch sind. Wir haben marxistische Ansätze, die sagen, nein, wir werden Cox in der Machine. Also sozusagen viel Technik skeptischer sind. Also man kann aber diese Narrative reflektieren, studieren, um dann weiter zu gestalten. Macht man das nicht, dann erhalten andere Menschen die Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel Technikmagnaten, die sagen, ich baue mir mein eigenes LLM, ich baue mir mein eigenes Large Language Model. Also das, das er Truth-GPT genannt hat, also eine Truth-Seeking-App. Und wenn wir es schaffen, ein bisschen über diese Geschichte der Imaginaries zu reflektieren, schaffen wir es auch, hinter die Sprachmodelle ein bisschen zu schauen. Und da möchte ich Sie kurz noch zu einladen. Sehen Sie einen Chihuahua oder einen Muffin? Irgendjemand muss diese Dinge klassifizieren. Und in den Programmen, die wir nutzen, steckt wahnsinnig viel versteckte Arbeit. Es steckt viel versteckte Arbeit auch von Dingen, die rausgefiltert werden. Das bezieht sich auf soziale Plattformen wie Facebook und ähnliches, wo unterbezahlte Arbeiter im globalen Süden die ganze Zeit unter hohen psychologischen Kosten Dinge rausfiltern, damit wir sie nicht sehen. Aber auch basale Möglichkeiten in der Bilderkennung mussten im Anfang zumal durch Menschen klassifiziert werden. Also die Grundlage von diesen Sprachmodellen ist, auch wenn zum geringen Teil, menschliche Arbeit und menschliches Wissen und menschliche Fähigkeit. Wenn man das weiß, schafft man vielleicht auch eher globale Gegenbilder zu machen. Und gerade hier im Haus der Kultur muss man überlegen, welche Kulturen sind denn eigentlich eingebettet in die derzeitigen Sprachmodelle, die wir haben? Bilden die Sprachmodelle wirklich eine globale Sicht auf die Welt ab oder können sie es gar nicht aufgrund der Trainingsdaten, die hauptsächlich auf Englisch sind und aus dem globalen Norden kommen und ähnliche Fragen? Also es gibt versteckte Arbeit, es gibt Externalitäten von den Modellen, die wir nutzen, also nicht eingepreiste Dinge wie beispielsweise den enormen Wasserverbrauch oder auch den Klimaabdruck. Wobei man sagen muss, dass im Vergleich zu anderen Dingen die CO2-Bilanz der Sprachmodelle nicht so wahnsinnig hoch ist. Aber wir stehen noch am Anfang der Verbreitung von Sprachmodellen. Es geht hier um das einmalige Trainieren von Sprachmodellen. Also das einmalige Trainieren von einem GPT- oder GPT-3- oder 4-Modell hat ungefähr die Klimawirkung von den jährlichen Emissionen von 13 Amerikanern. Also es ist im Vergleich jetzt nicht viel, aber es ist, wenn wir einer zunehmend KI-basierten Wirtschaft gegenüberstehen, potenziell dann doch extrem, hat eine extrem materielle Auswirkung, die wir oft vergessen, wenn wir einfach nur das Chatprogramm nutzen. Also wie können wir KI gestalten? Ich biete zwei Perspektiven an. Die eine ist Top-Down. Und das wird tatsächlich in der EU momentan probiert. Mit dem EU-KI, mit der KI-Verordnung, die gerade und gerade gibt es verschiedene Player aus Frankreich, aus Frankreich wie Mistral, aber auch aus Deutschland, mit Aleph Alpha, dem neuen Unternehmen, millionenschwer, das anfängt zu lobbyieren gegen striktere Verordnungen der EU, die, so hat das die EU auch im Bereich der Chemikalienverordnung gemacht oder in Lebensmitteln einen risikobasierten Ansatz wählt, in dem sie sagt, ja, es gibt einfach manche Risiken, manche KI-Anwendungen, die sind einfach unakzeptabel hoch und die müssen verboten werden. Also von sich aus, von Anfang an verboten. So einen Ansatz, den gibt es tatsächlich sonst nicht im internationalen Vergleich und könnte tatsächlich wegweisend werden. Also momentan ist ein spannender Moment für die Regulierung, die Gestaltung von KI-Systemen, die in Europa stattfindet. Aber es gibt beispielsweise Dinge wie biometrische Überwachung oder emotionale automatische Erkennung, die als unakzeptabel klassifiziert und dadurch automatisch verboten werden sollen durch die EU-Regulierung. Also es gibt ein Zwischenfazit, das so lautet, eine Zukunft der Arbeit ist eine Narrative, keine Tatsache oder noch besser eine Reihe konkurrierender Fiktion. Das sind diese Imaginarys, wie die Zukunft dann aussehen wird oder sollte. Und die Zukunft der Arbeit ist nicht, was uns passiert, sondern die Zukunft kann das sein, das wir daraus machen. Und das kann man im Bildungssystem. Im Bildungssystem kann man zusammen mit Menschen Zukunft machen. Ja. Im letzten Jahr passiert aber das. Ein Chatbot erschüttert ein Bildungssystem. Denn dieser Chatbot trifft auf ein Bildungssystem, ich spreche jetzt von den Hochschulen, das außerordentlich textbasiert ist und in dem wie in einer Fabrik Texte produziert werden. Und wenn ein Chatbot auf so ein System trifft, dann wird das System erschüttert. Zur Freude von kleinen Hochschulen, die ihre Studierenden individuell kennen und die sofort merken, wenn einzelne Texte KI genutzt sind. Ich habe eben gesagt, es gibt keine Technologie, um zu erkennen, ob ein Text KI generiert ist. Die persönliche Beziehung, die ist die beste Technologie dafür. Wenn ich Studierende kenne, wenn ich Schülerinnen kenne, wenn ich ihren Schreibsteg kenne, wenn ich sie, ihren akademischen Weg kenne und wenn wir uns austauschen, dann fällt das natürlich sofort auf. Die Frage sind, was sind die ressourciellen Vorbedingungen, unter denen solche Beziehungen möglich sind. Und das ist keine Sache, die mit KI irgendeiner Weise gelöst werden kann. Also sind vorgelagerte Ressourcen, Fragen und Fragen, wie wir uns Bildung eigentlich vorstellen und was für eine Bildung wir wünschen. Also das zweite Gegenbild, wir hatten KI Top-Down und es gibt KI Gestaltung Bottom-Up. Also Instruktion, Co-Konstruktion, Reflektion. Eine Art der Bildung, die gemeinsam KI erprobt und in der sich alle als Lernende sehen. Ich will aber noch so ein bisschen auf die Erschütterung eingehen, die KI verursacht hat. Das sind Prüfungsresultate und was man hier sieht, sind die Ergebnisse von zwei unterschiedlichen Versionen vom Chatbot GPT. Da sind nur einige Monate dazwischen. Blau ist die Vorversion GPT 3.5, grün ist GPT 4, also das letzte Modell, das letzte Sprachmodell. Unten sieht man verschiedene standardisierte Examen, da die reichen von Examen Geschichte zu Chemie, Englisch und hier ganz besonders spannend rechtswissenschaftliche Examen, also auf Länderbasis in den USA. Und da sieht man den gewaltigen Sprung, den dieses Sprachmodell macht bei den standardisierten Examen innerhalb von wenigen Monaten. Also, im Vormodell gehörte ChatGPT 3.5 oder GPT 3.5 zu den schlechtesten 10%. Aber schon in der nächsten Version gab es fast niemand, der besser war als GPT 4 in diesem speziellen Examen. Das ist ein bisschen spannend, wenn man mit den Kollegen aus Jura spricht, die nämlich vor einem Jahr noch ziemlich laut lachten und sagten, naja, also Jura, das schafft er nicht. Und wenige Monate später stand schon das gesamte Prüfungssystem Kopf. Und das zeigt, wie in wenigen Monaten mit welcher Dynamik Prüfungskulturen und Prüfungsselbstverständlichkeiten ausgehebelt wurden. Das sagt natürlich nichts darüber aus, ob jetzt GPT 4 ein guter Jurist oder eine gute Juristin wäre. Aber es sagt was über die Prüfungskultur aus und die Schnelligkeit, mit der sich lange, große Institutionen anpassen müssen. Wenn man eine kleine Institution ist, dann kann man sagen, schauen Sie sich um, Sie haben einen neuen Kommilitonen und das ist ein Chatbot. Und dann kann man ausprobieren. Und dann kann man auch Sachen machen, die große Institutionen nicht können, denn das Problem bei großen Institutionen ist, erlaubt man die Dinge zu schnell, dann hagelt es Klagen, dann ist es nicht rechtlich fest. Das ist eine Wahnsinnige, also in großen Institutionen ist eine Wahnsinnige Abwehr, ein Abwehrdenken eben, weil man denkt, ja, man könnte ja doch, man könnte es nicht allen bereitstellen, weil, oder die Frage ist, welche Version gibt man einen Studenten, wenn man nicht für alle bezahlt, dann verletzt man gleich Behandlungsgrundsätze. Also, wenn man eine kleine, agile Institution ist oder in kleinen Lernkontexten unterwegs ist, kann man sich etwas mehr erlauben, wenn man unter einem Radar fliegt. Das hilft uns aber nicht als Gesamtgesellschaft. Wir brauchen tatsächlich eine neue Art, wie wir anerkennen, dass jetzt jemand mit uns zusammen lernt, der ziemlich viel haluziiert, also Fehler macht, sehr selbstbewusst ist, selbstbewusster als viele meiner Studierenden, viel falsch macht, aber eben prägt, wie Leute Texte schreiben und agieren in der Welt. Also, während einige Leute experimentiert haben, haben andere Leute eine Schummeldebatte geführt und die Schummeldebatte, auch der Titel des Vortrags, ist natürlich eine, die wir hoffentlich bald ablegen und uns den Möglichkeiten zuwenden, die für uns bietet. Ich habe tatsächlich die KI mal gefragt, wie Berufsbilder denn heute eigentlich aussehen. Ich habe KI gefragt, ja, entwürfe mir nicht, mach einen Vortrag, entwürfe mir doch bitte mal eine Visualisierung davon, wie die Berufe meiner Studierenden in den Sozialwissenschaften und Management denn eigentlich aussehen. Die KI hat mir Folgendes geliefert. Ich habe ein bisschen nachgeholfen. Der Punkt ist folgender. Momentan entlassen ich und entlassen wir Studierende in Sozialen Geisteswissenschaften und Management in eine Berufswelt, in der viele Leute wahnsinnig mittelmäßige Texte schreiben. Und das kann JGP2 jetzt leider auch sehr gut. Wie nutzen wir das jetzt also? Nutzen wir das jetzt so, indem wir noch schneller genauso mittelmäßige Texte schreiben oder überlegen wir uns, ah, vielleicht braucht es die ja nicht. Also, wann kommt der Moment und in welchen Institutionen passieren eigentlich die Momente, wo man sagt, okay, super, jetzt ändern wir mal, welche Texte wir ernst nehmen, wie wir die Texte ernst nehmen und wann hören wir auf, sozusagen möglichst schnell, möglichst viel zu produzieren und wann reflektieren wir über die Art des Schreibens, die wir brauchen. Und ich denke, das, was aus Hochschulsicht am allerersten wichtig war, sind jetzt nicht jemanden einzustellen, der Digitalkompetenzen hat, sondern Leute, die Schreibkompetenzen haben und dies schaffen, in der Schreibdidaktik, sich auf genau diese Problematik jetzt einzustellen. Wissenschaftliches Schreiben und der Wert vom wissenschaftlichen Schreiben und wie man wissenschaftlich schreibt in Zeiten von KI ist eigentlich, das ihr wichtiger hat, als diese ganzen Digital or Future Skills, die sozusagen jetzt auch wichtig sind. Aber den Wert vom wissenschaftlichen Schreiben in der Hochschulausbildung ist das, was uns tatsächlich am meisten bewegt. Schreiben, Lesen, Diskutieren, also die kernbasalen Kulturtechniken, die sind so wichtig wie nie. Es gibt Leute, die vom De-Skilling sprechen und das würde ich auch tatsächlich ernst nehmen. De-Skilling ist die Überlegung, dass wir kollektiv oder individuell bestimmte Fähigkeiten, Kompetenzen verlieren, eben weil bestimmte Arbeitsschritte ausgelagert werden. Und noch gibt es keine belastbaren empirischen Befunde dazu, aber es gibt wirklich interessante konzeptuelle und theoretische Überlegungen von Frau Reimann, Professor Reimann beispielsweise, die das aufführt. Und ich sehe das tatsächlich auch schon und wenn Sie im Bildungsbereich arbeiten, wahrscheinlich Sie auch, wie Kolleginnen und Kollegen, aber auch Schüler, Studentinnen und Studenten. die Tools nutzen und es nicht richtig einordnen. Aber die Fähigkeit, es einordnen zu können, bedarf Kompetenzen, die Sie eigentlich im gleichen Moment lernen müssen. Und diese Einordnungsfähigkeit macht mir tatsächlich, also das macht mir momentan Sorgen und es ist eine Herausforderung, wie wir es schaffen können, dass wir auf der einen Seite die Nutzen, auf der anderen Seite nichts zu individuellen und kollektiven De-Skilling. Also gibt es eine Rückbesinnung auf Kulturgrundkompetenzen und Kulturtechniken des Lesenschreibens argumentieren? Ich würde sagen immer ja und vor allen Dingen auch möglichst in Präsenz, weil viele von diesen Dingen findet man virtuell und findet man im Reinen, in der reinen Online-Interaktion, das merkt man einfach nicht. Ich denke auch, dass es natürlich Future Skills gibt und bestimmte Arten von Kompetenzen, die wichtig sind und die werden von anderen Kollegen auch wirklich gut dargestellt und verargumentiert, warum man welche neuen Kompetenzen braucht. Ich würde sozusagen noch eine Meta-Ebene einziehen und eine Fähigkeit, diese Kompetenzen zu erlernen. Also eher eine Capabilities, eine Fähigkeit, Lernen zu lernen einzuziehen, die über diesen Kompetenzen liegt. Also ein weiteres Zwischenfazit, wir brauchen ein besseres Bildungsverständnis für die digitalen Transformationen, in denen wir uns befinden und es geht um mehr als nur um neue Prüfungsformen, also nicht nur um Wissen, sondern um Wandel. Es geht ja um fähigkeitsorientierte und kompetenzorientierte und praxisnahe Prüfungen, aber noch mehr als das geht um eine Grundeinstellung gegenüber dem digitalen Wandel und wie wir gesellschaftliches Lernen als Dreh- und Angelpunkt setzen können. Und da brauchen wir ein Umdenken in der Institution. Wie könnte so eine Institution aussehen? Wir haben intern sehr profitiert von einem Konzept, das nennt sich die Transversity, die Transversität. Die möchte ich auch noch vorstellen. Und da geht es um eine Universität der Zukunft, die sich zusammensetzt aus unterschiedlichen Paradigmen. Der Vorstoß kommt von Ascens und Molz, zwei Bildungsforschern, die der Transversität einer Multiversität gegenüberstellen. Also bei der Multiversität geht es um das Paradigma der Universität und der Hochschulbildung, die sie als derzeit dominant ansehen. Also es ist eine modernistische Herangehensweise an Universitäten und Hochschulbildung. Dem gegenübergestellt ist eine Transversität, die versucht, die Transformation zu gestalten. Und das Paper kann ich jedem empfehlen, der sich für Bildungspolitik interessiert. Ein spannendes Teil davon ist der Appendix, in dem über die verschiedenen Departments und über die verschiedenen Aspekte einer Universität, also Lehre, Forschung, Transfer und so weiter, Verwaltung, gezeigt wird, wie eine Multiversität aussieht und wie eine Transversität aussieht. Und das ist insofern spannend, als dass dieses Konzept vor, also es geht jetzt nicht speziell auf KI ein und nicht auf digitale Transformation, aber wir sehen, dass die digitale Transformation und ChatGPT alle Bereiche der Universität bereits jetzt beeinflusst. Und man kann es jetzt einfach geschehen lassen und überlegen, ja, okay, Digitalisierung transformiert alles oder man sucht sich andere, alternative Gestaltungen von Hochschulen und das ist eines davon und gleicht die digitalen Transformationen mit diesen anderen normativen Transformationen ab und das haben wir so ein bisschen versucht zu machen. Das ist natürlich ganz am Anfang, aber wie würde es aussehen, wenn eine Hochschule einen transversitären Ansatz hat? Das versuche ich jetzt noch ein bisschen auszuführen. Bildung in einer Transversität und da berufe ich mich auf meinen Kollegen Wendelin Küppers, der das mit entworfen hat. Da geht es um eine Synthese von der ursprünglichen Idee der Universität und wir sind nur eine kleine Hochschule für angewandte Wissenschaften, aber wir haben große Träume. Da geht es um die Universitas, also die selbstverwaltete Gemeinschaft und der Lernort von Wissenschaftlerinnen und Studierenden zusammen mit dem Besten, was die Multiversität, also die modernistische Universität zu bieten hat. Vorteilsfreie Untersuchungen, es gibt bestimmtes Fachwissen und kritisches Denken in den Disziplinen, auf die man zugreifen kann. Aber dann arbeitet man gemeinsam themenbasiert ko-kreativ unter anderem an der Erreichung von Transformationen. Ich habe hier mal Nachhaltigkeitsziel geschrieben. Also es ist ein Ansatz in der Higher Education, der systemisch ist, sowohl global denken als auch lokal, sektorübergreifend, Big Picture, integral. Es geht darum, transformative Bildung zu stärken, die nicht nur auf bestimmten Technés beruht, sondern überdisziplinäres, überkognitives Wissen hinaus und über eine reine Karriere-Vorbereitung hinausgeht. Also es geht nicht nur um Employability, sondern es geht in diesem Bildungsverständnis darum, kritische, selbstreflektierte, mutige Bürgerinnen und Bürger zu befähigen. Das ist sozusagen das absolute Gegenbeispiel von Bildung hier. Und in unserem Fall haben wir überlegt, okay, was ist eigentlich die Rolle der Hochschule im Anthropozän? Also wie wäre es, wenn Business Schools so wie unsere starten würden mit den planetären Grenzen und überlegen können, okay, wie können wir eigentlich in diesen Grenzen, in diesen planetären Grenzen wirtschaften? Das ist sozusagen ein Anspruch der Transversität, dass sie das am Anfang setzt und eine Bildungserfahrung, Bildungserlebnis und ein Bildungsortbild, in der neue Formen transdisziplinären Wissens hervorgebracht werden, in der transformative Praktiken verhandelt oder probt werden, an denen verantwortungsbewusst und weise Individuen aufzubildet werden. Und hier kann man noch ein bisschen weitergehen. Ich habe noch zwei Slides mit Thesen mitgebracht, was Bildung in so einem Kontext bedeutet. Denn die Frage ist ja, Bildung, warum machen wir das überhaupt? Also worum geht es an Bildung? Das Ziel der Bildung sind nicht irgendwelche externen Gründe, sondern Ziel der Bildung ist der Lernende selbst. Und die Ziele des Lernenden. Und das sind nicht Fixe, sondern die sind immer kontextualisiert und die sind im historischen Kontext. Und wenn man das nimmt und wenn man diese sozusagen sehr theoretischen Ansätze nimmt, überlegt, erfüllt ChatGPT das? Wie hilft uns ChatGPT so einen Bildungsanspruch umzusetzen? Dann ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Also nicht einfach zu sagen, okay, wir bauen jetzt einen personalisierten Tutor für alle und der ist dann 24 Stunden am Tag erreichbar. Das ist klasse, das sind Effizienzsteigerungen. Aber die Frage, prägt es eigentlich unserem Bildungsverständnis oder unserer Bildungsvision bei? Dafür braucht man, muss man ein bisschen differenzierteres Bildungsbild haben und das an solchen Dingen abgleichen. ich gehe gerne weiter in diese Bildungsvision ein, die sagt, und das ist vielleicht kontrovers zu sagen, ja, es gibt kein Kahnung, es gibt kein Grundwissen. Der Beweggrund des Lernens ist der Lernende selbst und natürlich muss man spezifisches und methodisches Wissen und natürlich haben die Disziplinen ihren Platz, aber Lernen ist eine Entdeckungsreise und eine soziale Praxis von Co-Kreationen, in der wir uns alle als Lernende sehen. Und gerade bei ChatGPT ist es, glaube ich, wichtiger als je zuvor, dass wir uns alle als Lernende sehen, denn keiner hat zehn Jahre Erfahrung mit Sprachmodellen. Professoren haben da keinen Vorsprung. Insofern ist Dünkel da vollständig deplatziert. Wir können nur gemeinsam diesen Bildungsvision erfüllen, wenn wir uns alle als Lernende begreifen. Aber natürlich dann Erfahrungen teilen, die nur Professoren und Professoren haben, klar, aber der einzige Weg, wie wir Bildung in diesem Kontext tatsächlich, wie wir dieser Bildungsvision entsprechen können, ist, indem wir uns als Lernende sehen. Also, wer Angst vor Neologismen hat, muss jetzt ganz stark sein, Transversitäten sind transformierende Universitäten, die Transdiszipline, Transparatisch, Transkulturell, Transgenerational, Transsektoral und Translokal sind, oder einfach Bildung auf Augen machen. Ich kann jedem das Paper empfehlen von Assents und Molls. Das kann man auf Schulen anwenden, das kann man auf Kitas, weiß ich jetzt nicht, aber auf Hochschulen kann man es auf jeden Fall auch anwenden. Jeder, der eine institutionelle Strategie schreibt für eine Bildungsinstitution, würde ich das wirklich hochgradig empfehlen, sich das anzuschauen und dann im besten Fall sieht die KI die Arbeit so ein bisschen aufgeräumter und das bringt mich zu meinen drei Schlusspunkten. Nummer eins, wir sind mittendrin in der digitalen Transformation. Es betrifft die Berufe, es betrifft Arbeit, es betrifft das gemeinsame Erleben von Bildung. Universitäten spielen eine wichtige Rolle, klar, wenn man sie als transformative Bildungsgemeinschaften sieht, also dort, wo Bildungserlebnisse, Bildungserfahrungen zusammenkommen, dort kann transdisziplinäres Wissen hervorgebracht werden und mit Unternehmen und Zivilgesellschaft erprobt werden, da bin ich heute nicht so eng drauf eingegangen, denn es ist auch wichtig, dass auch Zivilgesellschaft und Unternehmen, die haben auch nicht zehn Jahre Erfahrung mit der GPT, also es muss gemeinsam erprobt werden und zeitgleich erprobt werden, das ist wahnsinnig voraussetzungsvoll. Gleichzeitig lassen wir uns nicht deterministisch sein, sozio-technische Imaginaries sind konstruiert oder einfacher, wir brauchen mehr Pipi Langstrom. Lasst uns die Welt machen, wie sie uns gefällt. Vielen Dank. Vielen Dank.